Hallo ihr Lieben und Willkommen bei einem neuen Video von mir. Bevor das Jahr zu Ende geht, möchte ich noch eine droppen. Und zwar geht es heute um eine super coole Technik, wie ihr ganz ohne Filler, Botox und sogar Operationen euer Gesicht optimalst lüftet. Die Produkte werde ich euch in der Infobox verlinken. Ansonsten werde ich euch einfach nur alles zeigen, ohne viel zu reden. Deswegen genießt die Musik. Und viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.